Jetzt da du fort bist, scheint mir alles trübe. Hätte ich's geahnt, ich ließe dich nicht gehen. Was wir vermissen scheint uns immer schön. Woran das liegen mag, ist das nun Liebe? Das regnet heut, man glaubt beinahe zu spüren, wie's Thermometer mit der Stimmung fällt. Frau Meilig hat die Heizung abgestellt und irgendwo im Hause klappen Türen. Jetzt sitz ich ohne dich in meinem Zimmer und trink den dünnen Kaffee ganz allein. Ich weiß, das wird jetzt manches Mal so sein. Sehr oft vielleicht. Beziehungsweise immer. Soll ich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020